Heute zeige ich euch die 8mm Gelblaster. Untertitelung. BR 2018 Hallo, willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ich habe heute mal was für mich, finde ich, Besonderes oder ein bisschen eine Ausnahme zu unserem normalen Sortiment. Und zwar geht es heute um 8mm Gelblaster. Und zwar, sagen wir mal, nicht die Dinger, die ihr so aus China kennt, sondern halt mal was Besonderes. Und dazu wollte ich euch mal ein paar Takte erzählen. Also heute wird es nicht ewig lang. Wir ballern heute auch mal rum. Ja, dachte ich mir, mal ein bisschen Abwechslung. Es wird alles ein bisschen lockerer. Nicht so viele technische Details, sondern ich erzähle euch einmal so ganz grob ein bisschen was über die Waffen. Zeige euch die dann alle einzeln mal. Und dann ballern wir einfach mal ein bisschen rum. Und ja, vielleicht wird es ganz lustig. Also und zwar, ich weiß nicht, ob jemand oder die meisten von euch schon mal von Gelblastern gehört haben. Jetzt momentan ist das so ein bisschen Thema und es schwappt auch so ein bisschen nach Deutschland rüber. Und ich habe diese Dinger irgendwie vor, keine Ahnung, zwei oder drei Jahren in Auftrag gegeben. Die sind also quasi unter meiner Regie in Asien gebaut worden, bei einem befreundeten Händler oder Hersteller besser gesagt. Und ich habe irgendwie durch diese ganze Corona-Thematik komplett vergessen, die mal irgendwie zu richtig zu präsentieren. Jetzt wollte ich euch nur mal ein paar Takte dazu erzählen, damit ihr versteht, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und was der Unterschied zwischen diesen Dingern ist und den anderen, die man in Asien bekommt. So, also generell erstmal, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Ganz einfach. Also ich beschäftige mich ja ständig so ein bisschen mit neuartiger Munition oder, sagen wir mal, Geschossen, die wir ja bei uns verwenden. Und bin dabei auf diese kleinen 8mm oder 7mm eigentlich Gelkugeln getroffen. So, dann habe ich mir gedacht, eigentlich eine ziemlich coole Nummer. Das sind ja, im Prinzip gibt es die ja auch irgendwie als Aqualinos, glaube ich, heißen die. Oder halt auch, ich glaube, mit so Blumen und für alle möglichen Sachen sind diese kleinen Kugeln, die so aufquillen, erstens mal entstanden. Aber dann haben halt die Chinesen sich irgendwie überlegt, die bauen dazu so kleine Pistüllchen und Gewehrchen, die damit funktionieren. Aber halt alles extrem pilzig. Also wirklich, die Qualität ist miserabel gewesen. Das sind so Dinger, die waren also vollkommen so Plastik, Müll, also übelster Schrott. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich die Idee eigentlich geil fand. So, und dann habe ich mir gedacht, ich arbeite einfach mal mit einem großen oder einem der größten Hersteller zusammen, die diese Geschosse herstellen. Und lasse mir mal verschiedene Typen dieser Geschosse zukommen, um mal zu gucken, was die so aushalten. Ja, und dann habe ich mir das Ganze dann halt überlegt und habe gesagt, komm, wir machen das mal und lassen mal zwei Langwaffen und eine Kurzwaffe entwickeln, die extra wirklich nur für uns gebaut wurden. Also die habe ich mit einem großen asiatischen Hersteller zusammen entwickelt, also entwickeln lassen. Und zwar sind die so, wie die jetzt hier sind, relativ einzigartig, weil die halt komplett aus Metall sind. Also das sind wirklich richtig hochwertige Waffen. Das ist nicht irgend so dieser Gill, Blaster, Müll, der sonst auf dem Markt ist, sondern das sind wirklich High-End-Geräte. Also richtig cooles Zeug. Und der große Unterschied ist auch bei den Dingern, dass die halt ein F-55-Eck haben. Jetzt erzähle ich euch auch mal warum. Und zwar ist es so, bei den ersten Tests, die wir gemacht haben, bestand ja die Möglichkeit damals, oder besteht ja heute wieder oder immer noch, diese Waffen, wenn die eine Mündungsenergie unter 0,5 Joule haben, kann man sie zum Beispiel Full-Auto haben, braucht keinen F-Stempel. Und die fallen dann eigentlich nur noch unter den Anscheinungsparagraphen. Also man darf sie dann nicht führen, es gibt dann ja ein Führverbot dafür, aber ansonsten sind die frei verkäuflich. Wäre eigentlich geschäftlich gesehen, also sagen wir mal, wenn ich jetzt nur ans Geldverdienen denken würde, was ich leider nicht oft genug mache, aber sagen wir mal, wenn ich jetzt nur von dem reinen Profit her nachgedacht hätte, wäre das Ganze wesentlich einfacher und rentabler für mich gewesen, wenn ich die Dinge einfach von der Energie gedrosselt hätte, auf unter 0,5 Joule, da funktionieren die noch super, und hätte die dann quasi so verkauft. Es gibt aber da verschiedene Thematiken, die mich beschäftigt haben bei dieser ganzen Zulassungsgeschichte, oder sagen wir mal, auf den Markt bringen Geschichte, und zwar fand ich das halt irgendwie ein falsches Signal. Also ich finde, dass die Waffen extrem echt aussehen, sie fühlen sich echt an, sie sind wirklich von der ganzen Art her, wie sie gebaut sind, eigentlich wie freie Waffen, und ich hätte es irgendwie falsch gefunden, sowas in Kinderhände zu geben. Das sage ich ganz ehrlich, weil da werden einige jetzt sagen, ja, du Weichei und keine Ahnung was, aber kein Problem, ich habe da also überhaupt keine Bedenken, das zu sagen. Ich habe mich dabei nicht wohl gefühlt, ich habe selbst drei kleine Kinder und habe mich entschieden dann aus mehreren Gründen, also unter anderem der erste natürlich, das ist halt eigentlich nicht in Kinderhände gehört, und zweitens sind die Waffen einfach zu geil, um die Energie nicht auszunutzen, die man rausholen kann. Und dann habe ich halt mal Tests gemacht, das war so die zweite Begründung dazu. Ich habe mir halt dann Tests gemacht und geguckt, wie viel Energie könnten die bringen rein theoretisch, und wie viel halten die Kugeln aus. Und da sind wir so irgendwie an so eine Grenze von 0,8, 0,9 Joule gekommen, was sich wenig anhört, aber es ist halt ein deutlicher Unterschied. 0,4 Joule und 0,8, 0,9 Joule ist schon mal echt geil, also es fühlt sich ganz anders an. Nachteil ist natürlich, man hat nur Semi-Auto, kein Full-Auto mehr, finde ich aber nicht schlimm, weil so schnell wie man den Abzug drücken kann, so schnell feuern die Dinger. Und man hat halt eine ganz klare rechtliche Regelung, und das war mir irgendwie wichtig, weil auch gerade zu dem Zeitpunkt, weiß ja nicht, ob ihr das alles mitbekommen habt, war ja die Novellierung vom Waffengesetz, und da war ja mal kurzfristig irgendwie durch ein Versehen, waren plötzlich 0,5er-Waffen wohl irgendwie nicht mehr erlaubt, oder wären dann mit dieser Verabschiedung von dem Gesetzestext halt dann quasi verboten worden. Wären dann verboten worden. Und das war für mich halt auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das ist so ein Kuddelmuddel mit dieser Spielzeugverordnung und allem drum und dran, da will ich raus sein, und außerdem ist das auch, sagen wir mal, so ein geiles Spielzeug, in Anführungsstrichen, für Erwachsene, also ich finde, das Ding gehört in Erwachsenenhände ab 18, das Verletzungsrisiko ist natürlich wesentlich niedriger als bei zum Beispiel Softair-Waffen, das zeige ich euch später auch nochmal, aber die Dinger sind halt einfach geil, ja, das ist nichts, was man irgendwie, wo man sich für schämen muss, also ich finde das total cool, muss ich sagen, ich habe mega Spaß mit diesen Dingern, ich erzähle euch gleich noch ein paar kleine Vorteile dazu, und wie gesagt, auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschieden und habe diese Waffen mit F-Stempel zulassen lassen, also zugelassen. Das war eine ganz schöne Aktion, weil bei der PTB gab es dieses Kaliber noch gar nicht, das musste also extra für uns eingetragen werden und so weiter und registriert werden, ist aber alles durchgelaufen und jetzt haben die Dinger auch deutsche Zulassung, also schon länger, schon seit ein paar Jahren eigentlich, und ja, jetzt könnt ihr sie bei mir kaufen. Und ich habe also drei Modelle von diesen Waffen entwickeln lassen, also machen lassen oder umbauen lassen quasi, also das Urgerüst oder Grundgerüst sind eigentlich Softair-Waffen, die es schon gab. Dadurch haben wir natürlich jede Menge Mulding-Kosten und Herstellungskosten gespart und mussten nur diese Systeme modifizieren und anpassen, halt auch auf die anderen Magazine, die anderen Internals, andere Läufe und so weiter. Das war immer noch sehr aufwendig und kostspielig, aber hat am Ende doch super geklappt. Und wir haben, wie gesagt, eine AK-74 und eine M4 und eine Kurzwaffe. Und zwar haben wir da hier die Shark genommen, ja, die ließ sich ziemlich cool umbauen, das hat auch super funktioniert. Ich zeige euch die jetzt gleich alle nochmal im Detail. So, dann machen wir mal der M4 hier weiter, also M4, M16 sozusagen. Ich will das heute auch, wie gesagt, gar nicht so auf diese ganzen technischen Details oder sowas eingehen. Ja, also die sind schwer, das ist wie eine Softair vergleichbar. Alles Metall, bis auf den Schaft natürlich. Selbst der Muzzle-Break und alles ist richtig geil gemacht. Magazin, absolut cool gemacht. Alles top von der Verarbeitung. Also gibt es wirklich nichts zu meckern. Die kosten halt auch nicht wie so eine kleine China-Gel-Knarre irgendwie 30 Euro, sondern halt ein ganzes Stückchen mehr. Aber dafür ist es halt wirklich auch geile Qualität. Die langen Waffen, die beiden, werden mit einem 7,4-Lipo-Akku betrieben. Mal gucken, sowas hier. Ja, also das ist bei beiden Waffen gleich. Das kommt hier hinten in die Hinterschaft rein. Ich werde jetzt keine, also nicht groß jetzt hier zeigen, wie man das alles reinmacht. Also normalerweise zieht man einfach die Hinterschaft ab. Dann kann man den hier anklinken, kann zumachen und dann ist die Waffe feuerbereit. Ja, also beide werden mit diesem 7,4-Lipo betrieben. Und verschießen, wie gesagt, diese 8 mm Gelkugeln. Und Magazinkapazität ist je nachdem, ist verschieden. Aber es sind halt um die 250 Schuss je nach Magazin. Also da gibt es auch verschiedene Magazinausführungen und verschiedene Modelle logischerweise. Die Waffen laufen jetzt durch die F-Zulassung nur noch im Semi-Modus. Ich überlege mir halt vielleicht mal für die Zukunft irgendwie vielleicht doch eine unter 0,5-Joule-Version zu machen und die aber halt ab 18 zu verkaufen, wie wir das halt früher auch schon, also jetzt auch schon machen mit anderen Waffen. Aber das muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen. Das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, allein wegen der höheren Energie. Es macht einfach wesentlich mehr Spaß. Ja, also wie gesagt, der Unterschied ist echt richtig cool zwischen diesen unter 0,5 und den Dingern hier. Das ist schon einfach nochmal ganz anders. Zeige ich euch aber gleich nochmal, auch sowas zum Punkto Durchschlagskraft. Wie gesagt, die Waffe ist also wirklich wunderschön, hat einen Metallriss, hat eine richtig geile Visierung drauf, Muzzle-Break aus Metall, alles wirklich schick und nice. Und ja, brauche ich jetzt nicht weiter eingehen, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal die AK-74. So, dann machen wir jetzt weiter mit der AK-74. Hier auch, dasselbe Spiel, alles wirklich geile Verarbeitung, geile Qualität. Hier ist alles komplett Metall, nur der Hinterschaft ist aus Kunststoff und der Pistolengriff. Sonst ansonsten, und der Front, hier der Frontgriff natürlich auch. Aber das Magazin ist aus Metall, also, ja, dann haben wir hier den ganzen Upper, alles ist schön aus Metall gemacht. Aus Metall auch der Muzzle-Break. Und halt, ihr hört halt, halt echt sehr, sehr geil gemacht, finde ich. Absolut coole Knarre. Ähm, ja, hier ist halt auch ähnlich, also, selbe Leistung wie bei der M16 auch. Selber Betrieb, auch über eine Batterie, 7,4er Lipo, der kommt hier hinten in den Schaft hinten rein. Die Schäfte sind alle beide halt auch verstellbar in der Länge, ja, das kann man also alles einstellen. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, einfach eine coole Nummer. So, und jetzt gehen wir über zu der, äh, zu der Shark-Pistole. So, jetzt zeige ich euch die Shark-Pistole in 8mm Gel. Das ist natürlich auch eine richtig coole Nummer. Ich dachte mir halt, wenn man damit halt zocken möchte, was ja eigentlich der Sinn der ganzen Übungen ist, weil die sich echt super dafür eignen, die Waffen, braucht man natürlich auch eine Kurzwaffe, nicht nur Langwaffen. Deswegen, das war eigentlich die komplizierteste Nummer, ja, diese umbauen zu lassen. Aber das wollte ich mir halt nicht nehmen lassen. Und ich finde, die ist halt wirklich auch richtig schön geworden. Also äußerlich hat sie sich jetzt zu der normalen Shark natürlich nicht verändert. Da ist alles gleich. Äh, hat auch ein FF im Fünfeck. Deswegen halt auch hier die Full-Auto-Option ist deaktiviert, weil normalerweise die Shark kann ja auch Full-Auto. Ist halt hier auch deaktiviert worden. Und ansonsten hat man halt auch ganz normal einen Schlitten, alles aus, also der bewegliche Schlitten, alles aus Metall. Ein Magazin, betrieben wird die mit 12 Gramm CO2-Kapseln, also auch wie die normale Shark. Ja, äh, und man hat halt hier auch diesen geilen Blowback. So, Sekunde. Also echt abgefahren, ja. Auch vom Handling, von allem drum und dran. Superschöne Waffe, macht mega Spaß. Und reiht sich halt super hier in die Familie der anderen Gelblaster ein. Ja, und jetzt werde ich euch nochmal ein kleines bisschen was so allgemein zu der ganzen Gel-Thematik erzählen, also Gel-Kugel-Thematik, auch wie man die herstellt und so weiter. Und, äh, ja, machen wir einfach mal. So, jetzt erzähle ich euch nochmal ein bisschen was zu den Kugeln. Ja, also wie gesagt, einmal vorweg. Angetrieben wird das Ganze nochmal mit diesen 7,4 Lipos. Gehen auch andere Lipos, wichtig ist eigentlich nur der Anschluss. Müsst ihr halt mal ein bisschen experimentieren. Nur nicht zu starke Lipos reinmachen, weil dann fackelt euch die, äh, die Gearbox oder die Elektronik halt ab. So, also die könnt ihr schon mal beiseite packen. Und dann, das Geile ist eigentlich, also was ich am allercoolsten tinte, diese Geschosse, ja, also die da reinkommen, die sind so klein. Also das sind 10.000 Schuss hier in diesem Beutel. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 10.000. Und das Coole ist, sie gehen beim Transport nicht kaputt. Also wenn ihr die im Online-Shop kauft zum Beispiel, werden die beim Versand nicht beschädigt, ja. Nicht so wie bei Paintballs. Ihr könnt sie lagern, so gut wie ihr wollt. Die Dinger können echt was ab. Also ich habe alles Mögliche ausprobiert. So leicht sind die nicht kaputt zu kriegen. Ähm, Lagerung ist halt genial. Und ihr mischt euch die einfach an. Also ich zeige euch auch gleich, blende ich euch gleich mal im Zeitraffer ein, wie die dann aufquillen. Ihr nehmt einfach nur, einfach irgendeine Flasche, irgendein Gefäß. Schüttet dann diese Kugeln da rein. Sekunde mal, ich zeige euch die mal, wie die aussehen. Nur, dass ihr das mal ein bisschen besser sehen könnt. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ja, das sind hier die, die, äh, die Kügelchen. So klein sind die, also die sind wirklich nur ein paar Millimeter groß, wenn die, wenn die hier quasi aus der Packung kommen. Und dann werft ihr die, ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind, aber das sind bestimmt 400, 500 Schuss oder sowas, ja. Und die packt ihr dann quasi in irgendein Gefäß rein. Am besten eine Flasche, vielleicht eine, was weiß ich, so eine 1 Liter PET-Flasche oder irgend sowas. Da macht ihr dann quasi das Wasser rein. Und dann schüttet ihr dieses Substrat quasi da rein. Und dann dauert das ungefähr, Pi mal Daumen, eine bis anderthalb Stunden, bis die ganz aufgequollen sind. Ich würde sie aber sicherheitshalber zwei Stunden liegen lassen. Dann seid ihr ganz safe, dass die Dinge auch komplett ihre Endgröße erreicht haben. Das heißt, die machen nicht unendlich weiter, also quillen auf, bis das, keine Ahnung, so groß wie ein Fußball ist, sondern die bleiben bei dieser Größe von ungefähr 7 bis 8 Millimetern. Ja, wir haben die Dinge, also ich muss sagen, das soll wirklich kein Gemurkse sein. Probiert es einfach aus. Die Kugeln, die ich im Shop habe, sind wirklich speziell hergestellte für diese Waffen. Und die funktionieren richtig gut. Die sind super hart. Die sind von der ganzen Art, wie sie gemacht sind, sehr, sehr präzise, auch von den Toleranzen. Und sind einfach wirklich gut. Also ich habe verschiedene von anderen Herstellern probiert. Da hatte ich super viele Laufplatz, aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und in Kürze kriegen wir von denen auch Tracerballs. Das zeige ich auch gleich nochmal. Also ich habe schon ein paar Prototypen da. Deswegen, wie gesagt, heute wird ja noch geballert. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Ja, wir ballern gleich mal sinnlos auf alles. Was weiß ich, auf irgendeinen Karton, auf irgendwelche Gegenstände. Ein bisschen Action wolltet ihr ja haben. Das kann ich einfach mal machen. Und dann schießen wir auch mal die Tracer, dass ihr mal seht, wie sowas aussehen würde, für die Leute, die das nicht kennen. Und das Coole ist halt, wie gesagt, die quillen auf. Und das Allercoolste ist, ich kann es mal gucken, Sekunde, wenn die aufgequollen sind. Boah, das gibt eine Riesensauerei. So, so sehen die aus, wenn die aufgequollen sind, ja. Und die sind so von der Substanz, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich lasse mal ein paar bouncen, dass ihr mal seht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, also die hüpfen wie kleine Bälle. Das ist total cool. Und wenn man die halt zerdrückt oder wenn die aufschlagen, also die zerplatzen nicht immer, wenn es Treffer gibt, aber relativ oft. Die sind halt jetzt wirklich extrem hart, damit die nicht kaputt gehen. Aber wenn die zerplatzen, das kann ich mal zeigen. Boah, Gott, das gibt es doch gar nicht. Ich zerdrück mal eine auf den Tisch. Eine Sekunde. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also wenn ihr mal seht, wie hart die Dinger sind und glitschig, ja. Kleine Missstücke hier. So, oder? Das gibt es doch nicht. Jetzt kriege ich die Dinger nicht zerdrückt. Doch, jetzt habe ich eine. Also jetzt sieht man das so ein bisschen. Hier. Das gibt halt wie so eine, ja, wie so eine, wie soll man sagen, wie so ein bisschen wie Gelantine, nur fester. Und das Coole daran ist, die Dinger zerplatzen, wo auch immer ihr damit rumballert. Und dann liegen die rum und innerhalb von vier, fünf Stunden entweicht die ganze Feuchtigkeit. Die verdampft wieder und die Kugeln gehen wieder in ihre ursprüngliche Größe zurück. Also auch die Fragmente. Das heißt, ihr habt im Grunde genommen nur ein bisschen Staub danach auf dem Teppich oder wo ihr rumgeballert habt und könnt es einfach wegsaugen. Also ich finde das total cool. Ich habe damit schon mega Spaß gehabt. Also Indoor-mäßig auch in der Wohnung. Absolut cool. Wichtig natürlich, wie immer, Schutzausrüstung tragen. Ich würde jetzt bei den Dingern sagen, dass ihr jetzt nicht unbedingt Mundschutz oder irgendwas braucht. Also eine gute, gut sitzende Brille. Besser wäre eine Paintball-Maske. Ja, aber ansonsten sind die also vom Verletzungsrisiko und auch vom Schmerzfaktor deutlich unter einer Softair. Also deutlich. Also hiermit könnt ihr keine Zähne ausschießen oder sowas wie bei der Softair. Und die gehen auch nicht unter die Haut. Ja, ich versuche auch gleich nochmal auf so ballistische Gelantine zu schießen, damit ich euch mal zeigen kann, die ist ja der menschlichen Haut sehr, also fast identisch von der ganzen Konsistenz und Festigkeit, damit ihr mal seht, dass da nichts passieren kann. Ja, also es ist um Gottes Willen, also nicht ungefährlich, um Gottes Willen, ja. Ja, also ein Auge, will ich nicht wissen, was mit einem Auge passiert. Das Ding durchschlägt auch Kartons und sowas. Aber im Vergleich zu einer Softair, weil es halt eben keine feste Plastikkugel ist, sondern halt diese weichen Kugelchen sind, ist es halt vom Verletzungsrisiko viel, viel geringer. Ja, und der Schmutz ist halt geil, der ist halt weg. Ja, ihr könnt es einfach wegsaugen. Das ist sogar einfacher, als wenn ihr diese Softair-Kugeln aufsammelt. Also ich glaube, das könnte echt ein neuer Trend werden. Ich finde es ziemlich cool. Also nicht, weil wir den jetzt setzen, sondern weil der schwappt ja von überall rüber. Aber das ist echt eine Alternative, finde ich, zu, ja, wie soll man sagen, Alternative. Es ist eine geile Ergänzung, sagen wir mal. Gerade wenn man so coole Games zwischendurch mal machen will mit ein paar Kumpels oder sowas, da braucht man auch keine großen technischen Fähigkeiten oder so. Also selbst wenn man mit irgendwelchen Neulingen zockt, ja, irgendwelchen Kumpels oder Freunden, die noch nie sowas gespielt haben, also weder Paintball noch RAM oder Softair, da kann man mit den Dingern halt ohne Probleme auch einfach mal loslegen, Schutzbrille auf und kann auch mal in der Wohnung mitballern. Also absolut cool, ja. So, ich zeige euch das gleich mal, wie gesagt. Und ich wollte euch nur mal einmal die Kugeln zeigen, wie die halt aussehen, wenn die halt aufgequollen sind. Und ich blende euch jetzt auch gleich nochmal so ein Zeitraffer-Video ein, dass ihr mal seht, wie die Kugeln dann aufgehen, ja. So, und danach ballern wir ein bisschen rum. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020